Jetzt kommt wieder der ganze Nebel. Die letzten Schilden über diesen Körpers fachschwarziert und durch die Kalle immer wieder andere Gäste ausgerichtet. Die uns auch in der Maschine mit uns nicht hier gesessen haben. Zehn ernst. Und scheiße aus Brüche. Ich schaue sie aber ernst zu nehmen, was sie sich wussten. Habt ihr sie belächtigt? Und so? Es ist so viel Sonnen in so einer Maschine. Eure Schicksal überlassen. Eure Schicksal überlassen. Seid ihr gerade gließt nicht, um die Körperschweißausbrüche zu erschienen? Wir hatten sie nicht ab und 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 ab. Das sind so zwei CV- bis. Wir hatten sie nicht ab und 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 ab, um die Pro지를 integriert. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.